Und schon sind wir wieder zurück. Weiter geht es. Wir haben den Chesterfield-Bahnhofsvorsteher, der kleinen Schnapsnase, ein paar Fragen zu stellen. Ah, ja. Vielen Dank für mich. Ich sollte sie cleanen, obwohl es vielleicht leichter ist, um sie rauszuhren. Es scheint, es wird bald zu werden. Ich habe gesagt, was sie für sie verwendet wurden? Einige Arbeiter kamen hier und sie von mir auszuholen. Sie wollten, um den Weg zu einer der Station auf der Linie zu verlassen, damit die Wasser nicht zu nahe kommen. Arbeiter. Wer waren diese Arbeiter? Well, they didn't seem to be from the company, but they were fine, lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They weren't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. So ein Pflichtvergessener Typ, das ist unglaublich. Hier waren wir schon drin. Da waren wir noch nicht, oder? Ah, na, ha, 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 ha. Und da ist Licht. Faszinierend. Ganz klar, ist ja. Das war nur diese Drasine. Faszinierend. Ah, hier, komm. Zuck-Experiment. Die demontierte Drasine scheint mir... Ne, scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Drasine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. Bitte, bitte. Wo können wir das machen? Das ist sicherlich hier. Räder. Ja, ja. Der Handhebel, der kommt da hin. Kleines Zahnrad. Ja, ja. Da hinten fehlt doch noch. Oder? Bremse. Bremse? Brauchen wir nicht die Bremse hier irgendwo? Ne, Bremse ist überbewehrt. Das finde ich auch. Achso, dre... Ah, wir können das Ding drehen. Dann habe ich nichts gesagt. Ne, wo ist er denn jetzt? So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson. I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Ach, mit F können wir das nachverfolgen. Ne. Da lang. Das Licht haben wir gesehen. Scheinwerfer mit Dynamo. Perfekt. Dampfeife. Was wollen wir mehr? Ja, Hammer. Achso. Ne. Ne. Gut. Geh... Geh... Watson. Watson. Hier sind doch so eine Stäbe. Nicht ein Besen. Nicht. Da, ein langer Stab. Ein Feuerlöscher. Da hast du deinen Druck. Sehr schön. Ja, dann... Dien wir haben. Ah, natürlich. Und der Dynamo. Damit wir das Licht haben. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Ah, at any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surrounding. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Fahrer das eher unwitzig fand. Oh Gott, hier, so weit unten. Der Zug kam nie in Eversham an. Er verschwand bereits vorher. In Eversham selbst hat jemand eine Zugertrappe eingesetzt, die aus einer Dresine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield stamm. Bestand. Viel weiter sind wir noch nicht. Zu schade. Gut, dass wir hier hinten noch eingelatscht sind. Achso, das ist gleich unser Koffer. Natürlich. Das dürfte es sein. Genau. Genau. Hier ist es. Hier ist ein Arbeitszatz героin. An die Schade auf der Straße ist. Die erste Schade ist, zwischen Bridlington und Chesterfield stations. Da ist eine andere Stationona umzusetzen. Hier ist ein Platz zwischen Chesterfield und Eversham. Und es sollte eine andere Straße sein. An die Schade auf der Kurde, nah, sagt eine kleine Schade auf der Straße. An die Schade auf der Straße ist. An die Schade auf der Straße ist. Hm. Lasst uns gehen. Ach du meine Güte. Da können wir nicht hin. Da können wir theoretisch hin. Da wollen wir hin. Ach, er liest gerade Crime and Punishment. Von... Das konnte ich jetzt nicht sehen. Gab es hier noch irgendwas? Nein. Ich glaube, die sind mit Absicht an Bord. Kam nie in Chesterfield an, das sehen wir ja gleich. Wer schuld ist, werden wir auch noch feststellen. Ach so, das ist unsere Kutsche. Ja. Sollten wir das nicht lieber lassen. Und hier geht's von dem... Minen. Aha. Wie ich es gesagt habe. Das können wir uns jetzt anschauen. Tun wir dies. Da brauche ich aber keine Kutsche für. No, das ist nicht dein Ernst. Ja, geht eure Notizen durch. Hier sind die Minden, Helms. Sie scheinen verlassen. Wupsi. Fangen wir an mit Abmessen. Nein. Die distance von den Krokkreisen ist ungefähr 4,8 ft. Ein leichter inziertes Fahrzeug kam aus. Der ist ein cowher Schrauch am Bordel. Und die Frage ist, warum? Wir sehen gut genutzt aus. Die Schienen wurden erst vor kurzem weggeräumt. Die haben ernsthaft... ...die Mine zum Einsturz gebracht, nachdem sie den Zug reingefahren haben. Äh, C4. Sägemehl. Sägemehl. Ich bin fast sicher, dass es ein... Watson, bitte Sie helfen, bitte. Sie haben Ihre Pistole? Gut. Feuer an dieser Package. Eeks. Dankeschön. Das ist unglaublich. Welch Aufwand hier betrieben wurde. Ich kann hier noch etwas weiter umschauen. Mehr Werkzeug. Hier ist es... ...erstaunlich ruhig. Und leer. Die haben hier auch nichts wirklich gebraucht. Wozu auch? Wenn, dann höchstens, dass hier Leute gewartet haben. Aha. So viel dazu. So viel dazu. Eh? Diese Box muss be the safe. Let's open it. Ah ja. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. Es kommt hin. So kommt auch das hin. So kommt auch das hin. Und so kommt auch das hin. Ein Brief. The Mexican Company Caracal and the Chilean Barcasas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Neue Sicherheitshinweise an das gesamte WEA Coal Sicherheitspersonal. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barcasas Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Caracal-Konsortiums mehr die Anlagen betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um. Geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da Sie vertraulich sind. Mycroft müssen wir mal finden. Wo ist er denn? Der dicke Mycroft. Gut, dann behen wir mal eine Runde. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren wurde. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vorsichtig zum Einschluss bringen. Ne, der Zug wurde versteckt. Das dachte ich mir. Okay, so langsam glaube ich, dass der arme Robots wirklich nur ein Opfer ist. Das ist der Kabin für die Mine Sicherheitspersonale. Schauen wir uns noch etwas um. Das klingt sehr gruselig. Lass uns mal etwas rennen. Sonst dauert das hier ewig. Meine Liebe. Whoopsie. Das knarrt ein wenig. Gut, hier gibt es offenbar nichts weiter zu sehen, oder? Nein. Auch mit unserer speziellen Sicht nicht. Na, jetzt können wir theoretisch weg. Äh. Ja, ein Telegraph wäre nicht schlecht. Also gehen wir zu dem... ...Bahnhof, den wir noch nicht kennen. Da ja jeder einen Telegraphen haben sollte, sollten auch wir dort... ...sollten wir auch dort wünnig werden. So rum. Wir sind absichtlich an Bord gelassen. Wir kamen nie in Chesterfield an. Robinson ist ein Opfer. Die Zukunft wurde versteckt. Und er verschwand... ...früher. Ich glaube, so sind wir jetzt... ...auf dem richtigen Dampfer. Horcht mal. Das ist die Musik von der Endcard meiner Horror... ...oder eines meiner Horrorspiele. ...lustig. Oh je. Südamerikaner würde ich sagen. Hmm. Hmm. This scent is familiar to me. But in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Na 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 Der Ascher. Ein verbranntes Stück für Papier. Der Ascher. Ein verbranntes Stück für Papier. Ein Mann, der die Ricciardo-Brande mexikanischen Cigar verbrannt hat, hat mehrere langen Tage an Donkaster Station verbrannt. Die Rückseite sieht unauffällig aus. Wahrscheinlich war es ein Konflikt zwischen den Mexikanern und den Chileanern. Ach, ehrlich. Dieser Aschdreh ist voll von Asch- und Cigar-Stubs. Schauen wir uns noch ein wenig um. Aber nur in diesem Raum. All dieweil... ...die Folge vorbei ist. Wir sehen uns dann in der nächsten... Bis dahin... Ciao... ...'m ... Untertitelung des ZDF, 2020